Christian Bieringer und seine Mitarbeiter wissen ihre Bagger mit sicherer Hand zu steuern. Der erfahrene Erdbauspezialist bietet seinen Kunden perfekt auf die jeweilige Aufgabe abgestimmte Geräte und ein bestens ausgebildetes und erfahrenes Team. Der Fuhrpark des Familienbetriebs umfasst neben einem 1,5 Tonnen und einem 5 Tonnen Bagger auch zwei 7,5 Tonnen und sogar einen 15 Tonnen Bagger. Das Herzstück aber ist ein furchteinflößendes Gerät. Ein 23 Tonnen Bagger erledigt selbst Goliath-Aufgaben ohne merkbare Anstrengung, dafür mit umso größerer Effizienz für ihr Erdbauprojekt. Ob für den Baugrubenaushub, diverse Abrissarbeiten oder mühelose Gartengestaltung, die Bieringer Bagger sind für jeden Einsatz gerüstet. Das Beste ist, Christian Bieringer ist nicht nur für den Aushub, sondern auch für den Abtransport verantwortlich. Sie erhalten alles aus einer Hand. Erdbau Bieringer, ein außergewöhnliches Baggerunternehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017